RIDER ON THE BOAR Willkommen zurück liebe Leute zu einem Pfeil Willkommen zurück zu Minecraft liebe Leute Uh, das dauert mir zu lange Nehmen wir das da, Entschuldigung Also möchte ich eigentlich keine Lieder wechseln Aber diesmal musste es sein Es war meine Pflicht dies zu tun Ganz böse mit dem deutschen Zeigefinger rumzuwackeln Böse 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 Und was machen wir jetzt? Natürlich Wir holen uns Drei davon Sieht so cool aus Sieht auch wirklich aus wie Diamanten Nice So Und werden uns natürlich erstmal in der Spitze Damit basteln Warum wir das tun? Weil wir damit Obsidian abbilden können Können Können, tun, machen, werden Wir werden das nämlich tun Wir werden das tun, 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 tun Boah, ärgert mich richtig Oh Gott, du stirbst jetzt Ich brauche Fleisch Ähm, wackelt weg Äh, oh, ab, oh Hi, hi, ho Heidi ho, Heidi hey, Heidi hee So Wir gehen in Wie ist die Höhle gehen wir denn am besten? Wir finden schon irgendwo laber Ich liebe dieses Lied so sehr, oh yeah, oh yeah, 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 yeah Das ist aber relativ laut Sei doch mal leiser, Mann Warum kann die Musik nicht ausgewogen eingestellt sein? Denn das wär doch fantastisch Aber nein So soll es endlich sein Denn das Leben ist doch einfach ungerecht Heiho, 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 heiho Ich bin Weihnachtsmann von Beruf und du Ich bin toll, wundervoll Und suche nun Lava Yeah, ja, ja, ja Oh Aber ich bin eigentlich zu traurig, um Lava zu suchen Und deswegen Spiele ich euch ein trauriges Lied Denn Man darf auch mal traurig sein in seinem Leben Man wird trotzdem glücklich Oder so Ich kling schon wieder viel zu melodramatisch Und unglaubwürdig Aber ich rede aus dem Herzen Seid ihr selbst Und wenn ihr mal weint Steht ihr wieder auf, richtet eure Krone und geht weiter Denn ihr seid wundervoll So wie ihr alle seid Und ich habe versucht Bad Rock wegzumachen Meine Güte, was bin ich für ein Vollidiot Heiho Eisen, 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 Eisen Eisen, Eisen, Eisen Eisen, Eisen Scheiß auf glückliche La- äh, traurige Laune Wir sind glücklich, 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 glücklich Denn ich habe Eisen gefunden Ich darf hier wieder hochappeln Hauppeln Hauppeln Mensch Ach Gottchen Ach ja, ach ja, ach ja Mal schauen ob wir Oh ich springe immer noch Entschuldigung Ich hätte mit meinem Finger Aber irgendwie so So Wie Blei Ich könnte mich hochbewegen Das sind die traurigsten Momente im Leben Wenn man selber sagt, dass der Finger so fett ist Dass er sich anfühlt wie Blei Meine Güte, meine Güte So fett kann auch nur ich werden Heihohoho Ach was rede ich denn wieder von Schmarrn Ich rede so viel Scheiß So viel Scheiß Ich bin ein komischer Typ Ich bin komisch Seht mich an Schaut mir in die Augen Schaut mich an Schaut mich an Ich bin euer Vater Äh, Entschuldigung Müsste sein Star Wars und sowas Kommt ja bald Auch wenn ich Star Wars nicht mag Also, sag mal so Ich hab sie nie wirklich geguckt Weil es mich nicht interessiert Ich verurteile jetzt niemanden Deswegen, dass er die Filme mag Warum auch Jeder hat seinen eigenen Geschmack Ich zum Beispiel wäre der Fan von Harry Potter Harry Dem Harry Dem Harry Harry Potter Der Harry Der Harry Der Harry Der Harry Harry Potter Der Harry Der Harry Harry Potter Und wir fänden Eisen Eisen Ich kann jetzt Eisen scheißen Eisen Eisen Lass mich Eisen scheißen Eisen Eisen Da will ich endlich mal abbauen Würde jetzt Lava auf mich runter tröpfeln Wäre ich zu einer Seite sehr froh Und zu einer Seite würde ich schreien wie ein kleines Kind Wie Kevin allein zu haus Oh, das ist ein guter Film Wer kennt denn von euch Kevin allein zu haus? Und den zweiten und den dritten Teil Und was würdet ihr dazu sagen? Findet ihr die gut? Findet ihr die nicht so gut? Ach ja, ach ja Ach ja Ach... ne leute und ihr so also ich habe ein bisschen stein weg das im endeffekt gar nicht schlecht ist weil dann krieg ich ein bisschen koll wird dann für meinen na gut dann werden wir versuchen Gehen, äh. Ah! Mhm, 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 mhm. Ah, Gott. Ich hab mich verlaufen mit allen Hörner. Hilfe! Hilfe! Ah! Mh, mhm, 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 mhm. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, hier unten war noch ne Höhle, richtig? Ach, hier war die Höhle, oder? Warte, war hier die große Höhle, wo ich... ...die, die, 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 du weißt schon, die, äh... Genau die, genau die. Die, die eine da. Die eine, eine feine. Die, die, die eine da, die, die, ihr wisst schon. Die, die eine große da. Hihi, 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 er hat die eine gesagt. Ich lache wie so eine tote Ziege, die gerade von Satan gefressen wird. Genauso klingen tote Ziegen, wenn sie von Satan gefressen werden. Richtig. Nein, das war jetzt kein Religions-Choke. Okay, Glück. Glück gehabt. Ähm, Joa, ne? Das ist doppelte. Au. Au. Fagin' Lava. Okay, hier ist Lava. geil, 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 geil. Ich muss mir den Weg irgendwie markieren. Komm hier raus. In irgendeinem Raum. Da kann ich auch noch Gestein abbauen. Okay, okay. Hier, das kann man uns merken. Ich geh hier lang. Wir können, Ich kann einfach die Lava mitnehmen, oder? Kann man da nicht irgendwie die Lava einfach rausflüssig sein. Ich kann ja einfach die Lava zu einem, wo kann man das machen? Oder habe ich gerade meine Chance auf gutes Obsidian verschwendet? Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Wir merken uns den Weg. Wir kommen hier lang und kamen hier raus. Das war gelogen. Wir kamen nicht hier raus. Wir kamen von hier. Einfach quer nach unten nur durch, okay? Und dann waren wir hier. Genau das ist die Höhle, wo ich meinte. Ihr wisst schon, da ist meine Treppe. Darum habe ich die auch markiert mit 4 Millionen Fackeln, damit ich hier raus kann. Und ich brauche eine neue Tastatur, die hat sich erschrecklich an, wenn ich die ganze Zeit auf die Tasten hämmer... Entschuldigung. Entschuldigung. Pupp. 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 ich wurde übrigens gerade schon wieder was gefragt zum thema fragen der ist schon lange wieder anfängt ihr dürft mir also die frage war was haben wir immer noch fragen stellen man darf mir immer fragen stellen unter dem herrstedt entort hashtag antunami die weiter auch beantworten ich hab schon wieder so viel Mühe aber das Iron kann ich da reinlegen die Wolle kommt hinten hin wir brauchen erst mal auf ah ne wir werden erst mal schlafen dunkel ist doof dunkel ist die Düfe ich soll jetzt mal von mein place knack schon wieder war 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 ich hatte schon mal hier mit dem Lehrer nicht wegschmeißen rumarten kranite das ist relativ gutes Zeug und da Iron Ore haben wir auch mal rein das merkt ihr euch okay wenn ich mal frage wo das Eisen ist ihr wisst genau wo ist es nämlich dort du 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 und ich hätte eigentlich ich hätte einfach ein bisschen mitdenken können doch nicht mal so ein halber wird reichen aber ich würde schon mal sagen danke schön fürs zuschauen die leute und wir sehen uns in der nächsten folge was heißt mine greift aus bis dahin tschüss